Jürgen Jüderwim hat insgesamt 16 Profikamp-Bestimmungen, 11 davon gewonnen, 10 Euro K.O. Das Ganze angesetzt und 8 Runden morgen mit dem Wettgewicht. 78,0! 78,0! 78,9! Und dann rufen wir zu uns! Berlin! Berlin ruft! Hier kommt zu uns Ibrahim Hüsch! Ungeschlagen im 20. Profikamp, 21 Mal der Wild K.O. Berliner Jungs! Und wir hören das Gericht! 78,8! Nein! 78,8 Kilogramm! 78,8 Kilogramm! So, auch die beiden noch mal kurz aufeinander! Da ist der, da noch kurz abwarten, bevor wir jetzt reinkommen. Wunderfalls haben wir auch die Titekette zu kommen. Morgen, ab 17.30, gibt es noch verkarte in der Abendkasse, 18 Uhr des Einlass, 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 18 Uhr des Einlass.